Ja, hier sind wir wieder bei Viongi Gaming. Man sieht es, ich spiele mit der M240B die Runde. Claymore Gas gibt es auch bei mir heute wieder, alles dabei. Aber diese wollen wir hier nicht, wir nehmen eine... Was ist denn für eine Granate? Die ist bestimmt scheiße. Nehmen wir die Splitter. Die Splitter ist glaube ich die beste Granate zur Zeit, die ich noch habe. So, und jetzt geht es hier los. Maschinengas Melix. Da hinten muss ich hin. Da hinten ist mein Aussichtsturm, da. Da wollen wir hin. Gucken wer sich in den Weg stellt, der muss weggekloppt werden. Wir haben gesagt, wir wollen ihn und wir sind hier oben. So, jetzt kann es losgehen. Jetzt braucht man nur noch warten. Der Sniper wäre natürlich nicer. Jetzt wartet man, bis sie sich alle verteilen. Da ist einer von uns. Snow, baller auch mal hier alles weg. Jetzt würde ich dir meinen Panzerfaust alles weg sprengen, ey. Da muss ich keine Versteckmöglichkeiten mehr geben. Ah, der wurde weggesn... Ah, ist der weggesnive worden, ey. Ha! Das war ja hundertprozentig ein Haiti, ey. Da ist einer. Die haben noch zu viel Versteckmöglichkeiten, man sieht's. Einer ist auf dem Dach da drüben. Hab ihn erledigt. Da wollen wir nur in der Menge einschnipen, ey. Ich hab mich schon reingetroffen von meinem Hör. Ha! Ha! Da wollen wir nur in der Menge einschnipen, ey. und wenn der grüne punkt ausgefüllt ist also in drin grün ist dann weiß hier ist ja gerade gar nichts los die sind auf anderen seite er muss alles weggesprengt werden sprengen wir erst mal die laube hier weg er lebt immer noch meine fresse mal Mutti hier wechseln sowieso hier viel zu wenig los wofür steht es denn hier? 1-0 immer nach Alter? Kann nicht sein denn meine killst du die ganze zeit ks oder was? ist ja richtig behindert da hinten läuft einer da hinten ist einer ja hier das gelbe dinge aber die ist gut auf distanz ja die trifft gut ey ich habe hier zwei weggesnipet da hinten ey waren bestimmt so mehligs weißt ey ich hoffe wenn hier einer hochkommt läuft in meine Clamer rein und stirbt davon jetzt hat er sich da hingelegt guck mit dem kopf raus oder ist er da auf der ecke herr jetzt hat er sich da hingelegt oh wir wollen nur weg ah wichse man sein auf dem dach man ey huijus ey 3 stück sogar ey warte ab Alter wenn ich da jetzt gleich hochkomme ey das gibt's hier immer wenigstens bisschen Action ey das gibt's hier immer wenigstens bisschen Action ey das war meine Claymore Maloha ja ey das kann nicht sein ey ich zieht's nur weil ja aber lässt sich die auch wechseln heute ey man das gibt's nicht st st Meine Frasserie. Ja, alles klar. 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 Verlieren wir schon wieder? Natürlich. Nee, wir gewinnen. Behindert, ey. Ja, alles klar. 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 Meine Fresse. Scheiß Team. Ich komm jetzt mal ne geile Map. Richtig ausgeben kann.